hallo und herzlich willkommen alle zusammen lang lang ist's her schon anfang der 1980er jahre habe ich mich mit dem commodore c64 beschäftigt wie hier im bild zu sehen ein video habe mich dann seit anfang der 1990er jahre mit den ersten pcs vertraut gemacht ab meinem ersten pc begann ich damit nicht zuletzt aus kostengründen diese selbst zu erweitern und auch teilweise aber auch komplett aufzurüsten wie neues netzteil einzubauen motherboard cpu grafikkarte soundkarte festplatten betriebssysteme etc dabei habe ich bis zur jahrhundertwende nicht nur für mich unzählig viele pcs und prozessor generationen umgerüstet und betriebssysteme installiert sechs jahre betreibe ich nun schon meinen intel i7 mit vier kerne und nun habe ich gedacht dass es mal an der zeit ist mein pc aufzurüsten dazu habe ich mir obwohl ich mehr ein intel fan bin aber nicht nur dieses mal einen amd ryzen 9 7950x prozessor auf rüstsatz zugelegt alle weiteren daten dazu findet ihr unter dem video mit den beschreibungstext und entsprechende links und auch natürlich zu den produkten die links ja ich weiß diese cpu hat bereits eine grafikkarte integriert nicht jeder ist davon fan ich werde es erst mal ausprobieren denn eine grafikkarte kann ich ja immer noch einsetzen das board in dem kit ist jetzt auch nicht ein spitzen board aber für meine zwecke denke ich ist es ausreichend auch einen schnellen 32 gigabyte arbeitsspeicher zweimal 16 gigabyte ddr5-6400 habe ich in dem system verbaut so hier habe ich jetzt mal ein paar fotos von meinem umbau gemacht wie man so am besten vorgeht alle kabel abtrennen um das board ausbauen zu können und hier eine besondere stelle da sind einzelne steckerchen da müsst ihr dann im hand motherboard handbuch darauf achten dass er die auch wieder da richtig einsteckt in dem neuen board ja wenn dann alle schrauben gelöst sind dann kann man das alte board rausnehmen ihr seht hier den i7 mit dem kühlkörper und dem anderen alten board nun müssen die kabel noch von dem netzteil ich habe die ja an der seitenwand extra versteckt beziehungsweise die sind hier in diesem gehäuse so geführt dass die kabel da nicht innen drin so herumhängen ja dann das schwächere netzteil konnte ich dann so herausnehmen hier die komponenten noch mal wie gesagt links stelle ich euch unter dem beschreibungstext von dem video rein hier der kühlkörper ja das board kam natürlich schon vor installiert die cpu brauchte ich jetzt nicht unbedingt selber einsetzen was allerdings auch keine schwierigkeit ist und der kühlkörper war auch schon drauf gesetzt das habe ich früher alles selber gemacht ja hier noch das netzteil hatte ich von amazon hier musste ich allerdings weil das schon vormontiert war dann noch den kühler abmachen um den arbeitsspeicher darunter einsetzen zu können war ein bisschen tricky aber ich hatte keine lust jetzt wieder extra den kühlkörper für die cpu abzuschrauben so sieht dann schon das fertige gehäuse aus mit dem neuen netzteil und dem board drin und soweit alles angeschlossen ja und ich denke mal das ist jetzt alles kein großartiges hexenwerk und der eine oder andere von euch wird das sicher auch hinbekommen ist alles stecksystem ja hier habe ich noch eine samsung interne ssd festplatte bestellt für das windows 11 habe ich gedacht und für die video bearbeitung in 4k vielleicht werde ich da auch mal wieder ein bisschen hoch gehen in den zukünftigen videos in der auflösung und dann brauche ich da auch ein bisschen mehr festplatten space so ich hoffe das video hat euch gefallen wie gesagt hier noch der screenshot von dem aktuellen windows system was es anzeigt was alles installiert ist damit ihr auch seht dass es funktioniert hat übrigens das system ist relativ ohne großartige probleme hochgefahren man musste ein bisschen was im bios einstellen und dann war es das auch schon so ich bedanke mich fürs zuschauen und sage winke winke bis zum nächsten mal